Die ersten zwei Spiele verloren waren, das war zwei Wochen oder letzte? Ich glaube letzte Woche. Oh mein Gott, was ich für ein Tor bekommen. Ich habe so ein FIFA-Tor noch nie bekommen, noch nie. Oh mein Gott, dieses Tor ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Momentum auf meiner Seite, oder was? Ronaldo! Ronaldo und Messi in einem Pack, in einem Pack, in einem Pack, in einem Pack! Ah, wir kommen auch immer einen Schritt zu spät. Komm schon. Oh, sehr gut. Nein. Boah, was passiert hier, ehrlich? Was passiert hier? Ja, komm, geh ihn rein! Oh mein Gott! Bitte! Bitte! Nein! Ey, bitte! Ey, Clipton! Bitte Clipton! Bitte Clipton! Oh mein Gott! Was ist das denn, Digga? Ey, back to me! Ich kann ihn jetzt rein, mir ist scheißegal! Bye! Bye! Boom! Fuck off, Junge! Der Clip des Jahres! In ganz Deutschland! Der Torhüter dirigiert seine Mauer, das könnte jetzt gefährlich werden! Xin saß! Tja! Da hat er die Chance! Gehalten! Aber der Ball weiter im Spiel! Da haben sie Platz! Jetzt vielleicht der Konter. Guter Pass. Aktion geht weiter. Keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Jetzt macht er ein Eigentum. Hey, nix sagen. Mann, halt den Maul! Oh no! Halt den Maul. Halt den Maul, Mann. Halt den Maul, Alter. Er zieht Ronaldo, Alter. Wie geht der Schöne? Back, 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 back. Habt ihr das gesehen? Klipp, bitte. Bitte, Klipp. Ey, das ist doch nicht wahr. Dieses Spiel ist doch tot, ja. Wer hat das gesehen, Bro? Wer hat das gesehen, ja. Ja, bitte. Noch ein Clip. Digga! Was ist das denn? Komm! Stark, 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 stark. Ja, beiß, Junge. Und dann kommt noch James dazu. Und jetzt der Konter zum 2-0. Jetzt, er spielt ihn zu spät. Nein, egal, weiter, weiter, weiter. Tavernier ist da. Campbell, Campbell, Campbell ist da. Nein, schon wieder. Nein, nein. Nein. Das ist so lächerlich, dieses Spiel. Geht auch nicht rein. Natürlich nicht. Ich wusste es ja. Ich wusste es ja. Natürlich geht der nicht rein. Nein. Auch nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Den hält Tschech noch, nachdem er vom Elastiko kassiert hat. Den hält er dann noch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Halt's Maul. Halt's Maul. Nein, 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 nein. Es darf nicht was sagen. Nein. Nein, nein, nein. Noch einer. Er hat ihn doppelt, er hat ihn doppelt safe. Er hat ihn doppelt. Ahahahahahahahahahahaha Schau mal, guck mal. Warum kann ich diesen Ball nicht einfach haben? Six Sekunden geht's noch halten. Nach viel Zeit. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich sag's, die werden immer größer hier. Der Mann hat Fußgrade. Da ist was, der findet, der ist gut, 60 km, was denn? Oh! Was denn? Bruder, was ist das denn? Digga, wie schießt der? Oh, ein Walkout ziehen wir. Oh, ein Future Star, was? Was? Oh mein Gott, was? Guck ich mal bei Spezialbewegungen, was kann man denn hier anwenden? Erinnert mich mal nach dem Spiel, dass ich eine Banane trink... Eine Banane trinkt... Eine Banane... Wenn der reingeht... Oh! Bruder, schau mal das Stream schnell an, mein Freistoßtor, schnell, 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 Bro, wenn's geht. Oder ich kann nicht, ich kann nicht. Oh mein Gott, Leute, was war das für ein Freistoßtor? Ich muss irgendwas ziehen, ich muss irgendwo reinbeißen, Digga, ich schwöre gar nicht. Ja, jetzt bitte, Frankreich, Frankreich, Frankreich! Nein, aber das, das ist auch gut! Boah, 400k, Digga! Aber ich dachte, Reynard, Digga! Aber, Digga, 400k! 400k! Ich bin's! Ich bin's! Tim! Like a Frank-Riverie? Ja, ich muss gar nicht versuchen, als du aus Messie hier was machst. No, 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 no! No, 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 you provoziering! You provoinizarian, provoinizieren! Was heißt provoizieren auf Englisch? Was heißt provoizieren auf Englisch? Good Englisch, was heißt provozieeren auf Englisch? Provoizieren ecke. Provokate, achso. Du provokating. Provokating so oder was? Provoziering ist richtig. Provozier? Digga. Provo... Provo... Provoziering. Achso, du provokate. Okay, alles gut. Provo... Provoziering. So, ne? Provoziering. Alles gut. Wir machen es unter Kontrolle.